die slims oh wir sind auf 4 7 runter ok von 10 die kohle ausgeschmissen ihre munition lässt mich doch äh Ich werde auf diesem Kanister besagen. Und die Kleos, Wrapped und Weg. Betäubt garantiert selbst das große Raptidon mindestens 6 Stunden lang und verbreitet einen erfrischenden Duft nach Desinfektionsmitteln. Mit einer Gasversprühungsanlage könnte dieser Kanister noch sehr nützlich sein. Gasversprühungsanlage. Hedgeup. Mit Tum, hartem Geschmack. Vielleicht mal hier unser... Ups. Trash verkaufen. Macto-Schmelz, Macto-Energie. Macto-Schmelz-Korrosion. Oh. Nein, verkaufen. Verdammt. 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 Was was that don't mess with us I'm going Was sagen denn unsere Möter und Landitentrupp Führer? Naja, ich meine, wenn ihr schon hier in einer Linie steht Oh Oh Die werden hier domestiziert Da ist die Mutti Muss ich Gas einleiten Bis Modul Tagesoutfit Option 2 Mötert darunter gemötert, oder? Ne, da will ich nicht reingehen Mit Modul Nein, nein Nein, nein Nein, nein Du! Over hier! Oh good, you're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point Yes, I have Crane's research No, I'm not giving it back Sorry to disappoint you Lass die falsch ein I suppose it does not matter Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness Let's make a deal I'd like to go on living You'd probably like to make some money Help me get out of here and I will pay you for your trouble Sag mir, was du brauchst The first thing I need is a key card to unlock my door Then I'd need you to clear me a path out of here There are two ways out The quickest is through the front door But Clio security is bottled up in there If you don't want to shoot them I suppose you could talk to them The other way out is through the loading bay But you'd have to clear out the rafts for me Then I could just slip out the back Sight unseen Hey, I have to You might be the first stroke of luck I've had all day Thank you I'm in your debt Wo gerate ich da rein, wenn ich dir aus der Patsche helfe? Nothing beyond the purview of a talented freelancer like you A raptodon is an apex predator native to the jungle of monarch They are entirely unsuited to life on Terra 2 Which may account for their horrible temper and appetite Und wartest jetzt, dass ich mich mit einem ganzen Rodel von denen anlege? Ne, das war eine unerwartet wissenschaftliche Antwort What? Do not give me that look Look I am allowed to have hobbies Biology happens to be one of them Yes, we accidentally released the rapts into the world when we attacked this place But I am not at fault here Those scientists had no business experimenting on these creatures You can really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Never mind I'm obviously in no position to argue with you If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit I'll help however I can I'll help however I can What do you Take your time Take your time I am, to my chagrin, not going anywhere 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So. Das noch nicht kommen, ne? Zwei. Nachrichten. Agar War. Hans, ich hab gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass wir kein Spreadproblem haben. Unsere Belüftungsanlage ist momentan hinüber, weil die kleinen Monster an den Kabeln rumgenagt haben. Wenn deine Raptor uns unleidlich werden, musst du sie selbst sedieren. Besorg dir ein paar Ganister mit Berührungsmittel und häng sie an das Nebenterminal im primären Forschungslabor. Die gute Nachricht ist, dass meine Hephaestus Hammers deine geliebten Rizzos Rangers vernichtet und geschlagen haben. Möchtest du ein bisschen was von Antis Clios Typical Pasta Sows, um deine Erniedrung gebührend zu feiern? Hans, kannst du bitte erklären, was es mit der Katastrophe auf sich hat, die ich gerade in meinen Händen halte? Es handelt sich, wie du bestimmt weißt, um ein Formular, auf dem die Verlegung des Raptidon-Muttertiers in die Haupthalle bewilligt wurde. Mit deiner Unterschrift darunter. Erstens sind unsere Raptidon-Tankstrukturell nicht einmal ansatzweise stabil genug, ein Mythen des Raptidon-Muttertiers zu halten. Zweitens sind Raptidons für ihr territoriales Verhalten berüchtigt und würden alles tun, um ihre Jugend zu schützen. Unterbrich mich ruhig, sollte dir das zu hoch sein. Du hast es scheinbar noch nicht so einfach mit Arithmetik. Ansonsten wüsstest du ja wohl, dass Raptidon-Muttertier und Raptidon-Tank gleich Katastrophe bedeutet. Hochachtungsvoll, ja jetzt. Okay. Sicherheit. Das ist von da drüben, weil da ist der Ausgang. Das muss ich ja eigentlich gar nicht sein, oder? Oh, ich denke so, auch. Da gibt es schon mehr. Also, immer unterschiedlich. Oh. Okay. Okay. Ich muss erst mal ein Schlückchen nehmen, wie ich gerade sehe. Okay. 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 Ich gehe. Ich gehe. Annenklapps Erschneidung Erschneidung Ne Sauerei Erschneidung Ah Jetzt haben wir drei Wer geht das ein Zack Sehen Steigen Erschneidung Erschneidung Heimann Erschneidung Erschneidung Das war's für heute. 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 Not today. Das war's für heute. 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 Okay, okay. Das war's für heute. 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 da bin ich tatsächlich Verräterin. da bin ich injection. Jetzt will ich mit dir gar nicht, erstmal das Gas einsetzen, war da irgendwie wichtig. Servus. Ähm, ja heim, Konsum. Was will man suchen? was kann ohne waffenteile wüstungsteile ja nein ja ja im bb bei 31 ja ja und ja sicherheitsschlüsselkarte drucken ihr habt ihr uns wendigen und die banditen natürlich wollen wir erst mal hier durchbluten die überlastung gegeben verkaufsautomat gleich zu linken hätte ich danach gerufen ver entrenитай e verkauf r r r